Wer sich schon länger mit Trading beschäftigt, der ist auf jeden Fall irgendwann auf den Begriff Fair-Value-Gaps gestoßen. Das heißt, heute schauen wir uns mal an, was sind denn überhaupt Fair-Value-Gaps, wie können wir diese ganzen anwenden und vor allem können wir uns darauf auch eine Strategie aufbauen. Das heißt, heute schauen wir uns mal eine Strategie an, egal ob im Swing-Trading, Day-Trading oder im Scalping-Bereich. Das heißt, für alles kann man das Ganze hier anwenden. Wir schauen uns das Ganze Schritt für Schritt an. Das heißt, wenn ihr das Ganze hier nicht verpassen wollt, dann lasst jetzt schon mal gerne ein Like da und ein kostenloses Abo. Ein Klick würde mich sehr supporten. Ich danke euch dafür und wir starten jetzt direkt ins Video. So Leute, dann schauen wir uns das Ganze doch mal an. Also, was sind denn hier überhaupt Fair-Value-Gaps? In dem Bild ist es eigentlich schon relativ leicht zu erklären. Also entweder drei Kerzen Long für ein bullisches Fair-Value-Gap hier oder drei Kerzen Short für ein bärisches Fair-Value-Gap. So, das heißt, wir müssen die ganzen jetzt einzeichnen. Ihr seht schon hier diese graue Box, das ist quasi das Fair-Value-Gap. Man zeichnet es immer ein von dem Wig von dieser Kerze hier bis zu dem anderen Wig auf der linken Seite. Das heißt, dazwischen hat sich jetzt hier so eine Lücke gebildet. Das heißt, wenn wir genau hinschauen, geht es um diesen Bereich hier an der Kerze zur rechten Seite. Immer zur rechten Seite, weil der Markt, der läuft ja von links nach rechts. Also schauen wir natürlich zur rechten Seite. Das heißt, wir haben da quasi eine Lücke im Markt. Hätte diese letzte Kerze hier jetzt ihr Wig, also ihren Doct komplett bis unten geschlossen, also hätte sie diesen Bereich hier auch noch ausgefüllt, dann wäre es kein Fair-Value-Gap. So haben wir da jetzt aber einen Fair-Value-Gap. Und jetzt kann man sich das Ganze natürlich so einzeichnen. Man würde jetzt warten, dass der Markt hier wieder reinkommt und man von dort aus dann weiter Richtung Long tradet. Bei dem anderen Fair-Value-Gap ist es natürlich genau dasselbe. Von diesem Wig hier bis zu diesem Wig hier unten komplett, dieser Bereich wird markiert. Und dann haben wir hier zur rechten Seite, auch wieder nur zur rechten Seite, haben wir dort eine Imbalance im Markt. Ist quasi ein Fair-Value-Gap. Ja, jeder nennt es ein bisschen anders. In dem Fall haben wir da jetzt unser Fair-Value-Gap. Das heißt, da würden wir jetzt warten, okay, der Markt kommt dort wieder rein. Und von dort aus geht es dann natürlich weiter Short. Also bärisch. Das ist natürlich ein bärisches Szenario. Und das ist hier ein bullisches Szenario. Jetzt gibt es da auch noch jegliche Regeln, dass man sagen kann, okay, die Fair-Value-Gaps machen mehr Sinn, die machen weniger Sinn und so weiter. Wenn ihr dazu noch ein extra Video haben wollt, wo ich genau erkläre, was es für verschiedene Fair-Value-Gaps hier gibt, dann schreibt es mal gerne unten in die Kommentare. Ansonsten gehen wir jetzt aber mal direkt in ein Live-Beispiel. Ich glaube, das ist so ganz grob verstanden, aber im Live-Beispiel kann man es halt immer viel besser erklären. So, das heißt, wir kommen jetzt hier einmal zu den Beispielen. Ich bin jetzt hier im Tageschart, ganz wichtig. Das Ganze geht natürlich auch in anderen Timeframes. Erkläre ich gleich, wie wir das machen. Erstmal nur die Theorie. Wir brauchen jetzt hier die Theorie, wie wir das Ganze jetzt anwenden können. Was ist überhaupt der Plan? Wie können wir Fair-Value-Gaps jetzt für unser Trading nutzen? Wir haben hier einen enormen Abverkauf, wie ihr seht. Jetzt müssen wir natürlich gucken, okay, haben wir dort Fair-Value-Gaps? Ja, haben wir. Wir haben einen Fair-Value-Gap hier oben in diesem Bereich. Dort ist ein Fair-Value-Gap. Dann haben wir nochmal ein bisschen weiter unten hier in diesem Bereich. Dort haben wir auch nochmal einen Fair-Value-Gap. So, die markiere ich uns nochmal hier als Fair-Value-Gap, damit wir das auch wissen. Diese Bereiche sind Fair-Value-Gaps. Das heißt, der Plan wäre jetzt, okay, wenn der Chart jetzt hier zurückkommt, von dort aus ein Trade suchen, um weiter Short zu traden. Es kann auch gut sein, dass dieses Fair-Value-Gap hier ignoriert wird. Der geht komplett durch nach oben und würde von da aus dann Short gehen. Das heißt, wir haben jetzt zwei Varianten hier im Tageschart, wo wir theoretisch Setups uns suchen könnten. Das machen wir natürlich nicht im Tageschart. Wir brauchen aber einen Fair-Value-Gap für diese Strategie im größeren Timeframe. Jetzt würden wir so lange im Tageschart warten, bis wir dort in ein Fair-Value-Gap hier reinkommen. Das heißt, wir schauen mal, wo wir hier reingekommen sind. Hier unten haben wir das Ganze jetzt schon angetestet. Kann man in dem Fall so sagen. Wir können aber nochmal warten, ob wir noch weiter reinkommen. Ja, so sieht das Ganze schon sehr gut aus. Wir schauen mal hier. Perfekt. Das Fair-Value-Gap wurde jetzt schon respektiert, weil von dort aus direkt hier Short-Positionen reinkamen. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Das heißt, ab dem Zeitpunkt würden wir jetzt in den Ein-Stunden-Chart wechseln. Bevor wir jetzt weitergehen, damit ihr das Ganze versteht, immer Tageschart, Ein-Stunden-Chart. Ich habe das Ganze ja auch einmal für euch aufgeschrieben. Das heißt, Tageschart, momentan gehen wir in den Ein-Stunden-Chart. Bei den anderen Timeframes wäre es dann dementsprechend ein bisschen anders. Das heißt, wenn ihr Scalper seid, dann schaut ihr im 15-Minuten-Chart nach Fair-Value-Gaps und sucht euch im Ein-Minuten-Chart dann eure Einstiege und so weiter. Also ich glaube, das ist selbst erklärend. Vier-Stunden-Chart geht in den 15-Minuten-Chart und so weiter. Das heißt, ihr behandelt hier nur zwei Timeframes. Sucht euch dann irgendwas aus, was zu euch passt. Ob ihr jetzt Day-Trader, Swing-Trader, Scalper seid. Je nachdem. Auf jeden Fall kann man das Ganze für alle diese Bereiche hier anwenden. Das heißt, zurück zu unserem Beispiel, würden wir jetzt hier in den Ein-Stunden-Chart gehen. So, was machen wir jetzt im Ein-Stunden-Chart? Wir wollen uns jetzt hier nicht das Big Picture und so weiter brauchen wir nicht. Wir wollen eigentlich von hier aus jetzt ja Short-Traden, weil wir wissen, okay, hier oben diese Box ist unser Fair-Value-Gap aus dem Tageschart. Das heißt, wir brauchen jetzt irgendeine Struktur Richtung Short. Irgendwie muss das Ganze uns anzeigen, okay, respektiert einfach dieses Level und geht Richtung Short. Das heißt, wir würden jetzt erstmal abwarten und gucken, okay, haben wir denn hier irgendwo Fair-Value-Gaps? Weil ich sage euch so, wie es ist, wenn man genauer hinschaut, wird man vielleicht irgendwo eins finden, aber wir brauchen so ein ganz klares Fair-Value-Gap. Das heißt, wir lassen das Ganze jetzt einfach mal weiterlaufen, gucken mal, was passiert, was der Chart hier gemacht hat. Er läuft weiter und ging tatsächlich nochmal nach oben. Das heißt, er füllt das Fair-Value-Gap nochmal weiter aus. Das ist nämlich ganz, ganz wichtig. Das Fair-Value-Gap ist ja immer noch nicht komplett geschlossen. Theoretisch könnte der Chart bis komplett nach oben hin noch laufen. Wir schauen mal, was jetzt weiter passiert. So, die nächste Kerze hier. Ab diesem Zeitpunkt hier sieht es jetzt schon danach aus, okay, respektiert er das? Wenn wir jetzt mal genauer hingucken, denkt man jetzt als Anfänger, okay, das ist doch ein Breakout. Jetzt kommt doch ein Retest und dann geht es doch weiter Richtung Long. So würde man ja normalerweise das Ganze sehen. Da wir aber schlau sind, haben wir das Ganze ja aus dem Tageschart betrachtet. Das heißt, wir wissen, wir gucken hier nur nach Short-Positionen und nicht nach Long-Positionen. Das heißt, jetzt warten wir nochmal kurz ab, die nächste Kerze. Und da hätten wir jetzt unser Fair-Value-Gap. Das heißt, hier von diesem Low bis da oben, wir zoomen mal ein bisschen näher ran, damit ihr das auch erkennt. Das heißt, in diesem Bereich haben wir jetzt hier unser Fair-Value-Gap. Das suchen wir uns. Und was brauchen wir jetzt? Jetzt wollen wir ja nicht einfach da reinspringen. Wir müssen jetzt 100% davon ausgehen, dass dieses Fair-Value-Gap jetzt respektiert wird. Weil einfach nur da jetzt reinzugehen, ist immer noch ein Risiko, dass wir vielleicht das ganze Gap noch füllen. Das heißt, wir müssen jetzt einfach mal abwarten, was der Chart macht. Hier in dem Bereich hat er das Ganze jetzt schon ein bisschen gefüllt. Reicht mir jetzt aber noch nicht aus. Ihr seht, das Ganze hier, es ging nochmal hoch, nochmal runter. Das wäre jetzt theoretisch ein Einstieg. Aber die Variante mit dem Break-Retest weiter long könnte theoretisch immer noch stattfinden. Das heißt, um wirklich auf Nummer sicher zu gehen, dann müsst ihr immer entscheiden, wie hoch ihr das Risiko bei euch setzen wollt. Dann würde ich gerne warten, bis wir unter das Fair-Value-Gap wieder kommen. Weil jetzt haben wir ja noch da drüber geschlossen. Das heißt, ich warte noch ab. Und in dem Bereich hier hat das Ganze sogar wieder rejected und ist wieder zurückgegangen. Das heißt, ich möchte hier wirklich eine Kerze unterhalb des Fair-Value-Gaps haben. Und das hier wäre jetzt mein Einstieg. Das heißt, ihr seht, okay, ich habe wirklich gewartet, bis das ganze Fair-Value-Gap hier komplett respektiert wurde. Und würde jetzt hier eine Short-Position eingehen mit dem Stop-Loss über dem Fair-Value-Gap. Das könnt ihr machen, habt ihr ein besseres Risk-Reward. Aber denkt dran, das ganze Fair-Value-Gap nach oben hin könnte ja auch noch hier sich schließen. Das heißt, ja, gut, man könnte theoretisch auch sagen, ja, pack unser Stop-Loss bis komplett nach oben. Da wir ja wissen, dass wir das Ganze aus dem Tageschart hier uns ja angeschaut haben, traden wir ja theoretisch auch auf dem Tageschart. Wir machen jetzt ja nicht plötzlich ein Scalping-Setup da draus. Das heißt, wir würden jetzt hier, wir können das auch gerne mal machen, ich mache mal eine Verkaufsorder, mache mal Stop-Loss hier oben drüber. Zack. So, und unser Take-Profit muss jetzt ja irgendwo sein. Jetzt schauen wir, okay, wo ist unser Take-Profit? Ja, das sieht natürlich hier super aus zur linken Seite, weil wir haben hier eine riesengroße Imbalance. Lass uns das nochmal kurz besprechen. Es ist ja quasi auch ein Fair-Value-Gap, also das darf man nicht unterschätzen. Wir haben ein Fair-Value-Gap von dort oben bis komplett hier unten. Also, größer geht es gefühlt gar nicht. Das ist ein riesen Fair-Value-Gap, was ja auch noch gefüllt werden könnte. Jetzt wissen wir natürlich nicht, wie weit. Das heißt, dann schaue ich immer zur linken Seite und gucke, okay, ja, wenn das Ganze hier nach unten kommt, wo wird das Ganze wohl hier spätestens, ja, wieder umdrehen. Das heißt, ich markiere mir dann immer zum Beispiel hier unten die tiefen Bereiche und sage mir, okay, das wäre so der Maximalbereich. Wir können das Ganze hier auch als Kauf-Order-Block uns einfach mal markieren und sagen, okay, in diesem Bereich, da würde ich sagen, wäre der maximale TP. Das heißt, wir packen da mal bis zu dem Order-Block hier unsere maximalen TP. Wir könnten aber unterwegs dann schon auf Break-Even das Ganze setzen. Aber da wäre jetzt so mein TP, den ich setzen würde. Vielleicht möchte ich sogar noch, dass die Liquidity unten rausgenommen wird. Dann würde ich sogar noch weiter mein TP hier setzen oder weiter laufen lassen. Aber wir lassen das Ganze jetzt einfach mal so laufen und gucken mal, was hier passiert ist. Ja, das ging relativ schnell. Da ging das Ganze ja richtig schnell weiter nach unten hier. Warum ist das Ganze überhaupt jetzt so schnell nach unten gekommen? Das ist halt relativ leicht zu erklären. Zur linken Seite war so eine riesen Imbalenz. Ja, da ist natürlich auch kein Volumen für die Volumentrader da draußen. Hier ist kein Volumen. Wenn ihr euch den Indikator jetzt einladen würdet mit Volumen, erkennt ihr auch, da sind keine Orders. Und wenn da keine Orders sind, da brauchst du nur ein paar Orders auf Short setzen und zack, geht das Ganze so nach unten hindurch. Das Ganze wäre jetzt hier auf jeden Fall unser Trade gewesen. Und ihr seht, man kann hier auch ein höheres Risiko eingehen und sagen, okay, theoretisch Stop-Loss da oben drüber. Dann hätten wir jetzt hier ein 5 zu 1 gehabt. Oder wir setzen unser Stop-Loss komplett nach oben, um auf Nummer sicher zu gehen. Haben aber immer noch ein 2 zu 1 hier. Also da müsst ihr mal schauen, wie ihr das Ganze machen wollt. Ob ihr eher so der risikoreiche Typ seid oder sagt, nee, ich gehe lieber auf Nummer sicher, pack mein Stop-Loss ein bisschen weiter weg. Und das muss euch dann ja selber überlassen sein. Jeder Trader da draußen ist ein bisschen anders. Das heißt, so traden wir das Ganze Richtung Short. Jetzt schauen wir uns natürlich noch ein Signal an, wo wir das Ganze Richtung Long traden. So, wir bleiben einfach genau in demselben Chart. Weil wir eh im Tageschart sind, dann können wir das direkt auch hier machen. Wir hatten hier ja ein Bias, dass wir hier auf jeden Fall Short getradet haben. Jetzt kommt das Ganze hier aber wieder nach oben, wieder in unser Fair Value Gap rein. Und mal gucken, ob es jetzt nochmal hält. Vermutlich nicht. Ja, vielleicht wird es jetzt komplett ausgefüllt. Das muss man dann immer gucken. Das habe ich euch ja eben schon gesagt, dass es sich halt auch irgendwann komplett ausfüllen kann. In diesem Bereich wurde es jetzt komplett gefüllt. Es ging dann sogar noch weiter Richtung Long hier. Und was haben wir denn aber in diesem Bereich jetzt hier gemacht? In diesem Bereich haben wir jetzt hier ein neues Hoch gebildet. Hier, wenn ihr das Ganze euch da mal anschauen wollt. Okay, hier wurde jetzt ein neues Hoch gebildet. Das heißt, ab jetzt würde ich auch erst nach Long Trades Ausschau halten. Wir müssen das Fair Value Gap jetzt hier auch rauslöschen, weil es ist ja komplett weg. Ich lösche das auch zur linken Seite nochmal raus, damit ihr seht, okay, das Ganze hier ist komplett clean. Das heißt, jetzt gucken wir nach Fair Value Gaps, die hier Richtung Long traden. Für die Leute, die aufgepasst haben, die haben natürlich jetzt direkt erkannt, oh, warte mal, hier oben war doch direkt ein Fair Value Gap. Das ist so, ja, habt ihr recht. Da war ein Fair Value Gap, aber wir haben hier unten auch noch ein viel größeres. Das heißt, in dem Bereich haben wir ein Fair Value Gap. Zack, in diesem Bereich hier markieren wir uns natürlich als Fair Value Gap. Das ist natürlich auch ein Fair Value Gap, ist ja klar. Und dann haben wir aber auch noch ein Fair Value Gap hier mittendrin, was man ein bisschen schwer erkennen kann. Und zwar genau in diesem Bereich hier. Da haben wir tatsächlich auch noch ein Fair Value Gap. Wenn ihr ein bisschen Probleme habt, das zu erkennen, könnt ihr euch übrigens auch einfach einen Indikator einladen. Dann gebt ihr einfach Fair Value Gap bei Indikatoren ein. Es gibt jede Menge. Ihr könnt, ja, Nephew Sam, Lux, Algo, besucht euch einen aus. Die sind alle nicht verkehrt. Also die helfen euch auf jeden Fall schon sehr, hier ein Fair Value Gap zu erkennen. So, und jetzt kommen wir direkt mal zu einem Bonus-Tipp. Und zwar ein Fair Value Gap, was direkt am oberen Ende ist quasi. Der Chart ist schon so weit Richtung Long gelaufen. Ja, funktioniert in dem Bereich nicht so gut wie ein Fair Value Gap, was komplett hier unten von einer neuen Bewegung quasi erzeugt wurde. Das kann man sich ganz grob einmal so merken. Das Fair Value Gap hier unten ist quasi so das Beste. Von dort aus kann man größere Positionen natürlich dann laufen lassen. Also mit einem größeren RISD Reward und so weiter. Und in diesen kleineren Bereichen hier in der Mitte zum Beispiel, das hier wäre eine gute Möglichkeit. Ja, da oben ist die Chance relativ gering. Gucken wir uns aber trotzdem an. Wir wollen natürlich jetzt hier das komplett besprechen. Das heißt, hier in dem Bereich, wir schauen uns das Ganze mal an. Okay, hier haben wir jetzt ja unser Fair Value Gap. Das war hier die Bewegung vom Tagesschart Richtung Long. Hier ging es wieder runter in unser Fair Value Gap rein. Und jetzt müssen wir gucken, okay, was ist denn hier passiert? Das Fair Value Gap wurde komplett geschlossen hier. Also komplett, das ist komplett ausgefüllt. Und ab jetzt sollten wir darauf warten, dass wir hier oben ja weitere Long-Positionen jetzt aufmachen könnten. Wir wollten ja eigentlich Richtung Long traden. Das heißt, wir bräuchten jetzt hier ein Fair Value Gap, was uns anzeigt, okay, lass mal hier Richtung Long traden. Wenn wir jetzt hier schon mal genauer hinschauen, hätten wir hier theoretisch auch schon eins. Das heißt hier Fair Value Gap in dem Bereich und wurde auch respektiert. So, für die Leute, die jetzt sagen, alles klar, das reicht mir. Und ich möchte nicht darauf warten, dass das Ganze hier oben drüber kommt, sondern ist doch schon Fair Value Gap, ein Stundenchart, so war ja die Regel. Das heißt, wir würden jetzt da direkt hier eine Kauforder setzen. Dann Stop Loss, dann unter das letzte Low. Jetzt haben wir natürlich da unten ein ganz großes Wig. Kann man theoretisch auch machen. Aber da das Low und TP wäre jetzt in dem Fall natürlich das Hoch hier oben. Das heißt, wir suchen uns natürlich das höchste Hoch und sagen, okay, da oben die Liquidity könnte rausgenommen werden. So, das heißt, so wäre jetzt der Plan. Wir gucken mal, ob das Ganze geklappt hätte. Und ihr seht schon, es hat nicht geklappt. Ich wollte euch auch mal zeigen, dass das Ganze nicht klappt. Das war jetzt hier nicht der Grund, weil wir jetzt hier oben nicht aus dem Fair Value Gap wieder rausgegangen sind, sondern eher der Grund, weil wir im Tageschart schon so weit vorangeschritten sind, dass eine Korrektur da oben eigentlich, ja, die muss eigentlich irgendwann kommen. Wir schauen trotzdem mal weiter. Hätten unser Stop Loss weiter unten gesetzt. Schaut mal an, dann wäre das Ganze hier sogar besser gelaufen. Hätten wir da unser Stop Loss hier unten gehabt, dann hätte auch dieses Fair Value Gap in irgendeiner Art und Weise uns hier verholfen zu ein paar Profiten. Aber bis hier ganz nach oben sind wir nicht gekommen. Danach ging das Ganze jetzt hier auch weiter nach unten. Das heißt, das wäre eventuell dann ein Verlusttrade gewesen. Macht ja auch nichts. Verlusttrades gehören komplett dazu. Wir schauen uns einfach mal an. Okay, nächstes Fair Value Gap haben wir hier unten. Das Ganze wurde auch wieder komplett durchbrochen. Mal schauen, ob wir weiter nach unten gehen oder ob wir wieder da drüber kommen. Ja, in dem Fall sind wir hier weiter nach da drüber gekommen. Ja, haben wir hier Fair Value Gaps bis jetzt? Ne, 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 keine Fair Value Gaps in Sicht. Immer noch nicht, immer noch nicht. Doch, da haben wir eins. Schaut es euch an. Ein Fair Value Gap in diesem Bereich. Das heißt, in diesem Bereich hier Fair Value Gap, zack. Jetzt warten wir wieder, dass wir natürlich da reinkommen. So, das heißt, in dem Bereich hier hätten wir jetzt unser nächstes Fair Value Gap, wo wir jetzt hier ein Retest schon drin haben. Wenn wir genauer hingucken, da ist so ein kleines Wig drin. Wir haben da aber immer noch ein Fair Value Gap, was natürlich noch weiter offen ist. Das heißt, ich würde gerne warten, bis sich das Ganze komplett füllt. Man kann natürlich jetzt auch schon Trade eingehen, aber ich warte halt immer sehr gerne, dass das Fair Value Gap dann auch vernünftig komplett gefüllt ist, bevor ich dann weitergehe. Zumindest im kleineren Timeframe. Im großen ist mir das egal. Im großen kann das auch nur kurz reintappen und dann reicht mir das, weil ich dann ja im kleinen Timeframe dann quasi den Schwung, die Bewegung mitnehme. Das heißt, wir gucken mal und warten einfach mal ab, ob das Ganze nochmal dort reinkommt. Wir sind hier schon ordentlich nach oben gegangen. Das heißt, hätte man da den Einstieg gewagt, wäre man hier auf jeden Fall schon ordentlich im Profit. Das heißt, wir warten hier aber nochmal, ob wir nicht doch noch in unser Fair Value Gap hier unten reinkommen, ob es nicht doch gefüllt wird. Und doch hier wurde es jetzt komplett gefüllt. Und das ist tatsächlich auch schon unser Einstieg. Schaut es euch mal an. Was für eine wunderbare Kerze mit so einem heftigen Wig nach unten. Diese ist nur nach unten gekommen, um das Fair Value Gap hier nochmal komplett zu füllen. Das heißt, hier wäre unsere Kauforder Stop Loss dann unter das letzte Low oder von mir aus auch unter das Fair Value Gap, weil das ist jetzt ja quasi gefüllt. Unser Take Profit wäre dann jetzt, lass uns mal schauen, auf jeden Fall schon mal das Hoch hier. Das können wir auf jeden Fall schon mal uns hier reinnehmen. Lass uns mal kurz gucken. Machen wir mal eine Long Position. Was haben wir hier für ein Risk Reward von diesem Bereich? Da hätten wir jetzt ein 2,8er. Das ist schon sehr, sehr gut. Und das würde ich auch so stehen lassen. Theoretisch kann man auch noch höhere Preise, ja, da oben das Wig, vielleicht wird es da auch noch ausgefüllt. Generell würde ich das Ganze aber dann so traden. Und wir schauen einfach mal, was dann jetzt hier passiert ist. Und zwar ging das ganz, oh ja, gut, das ging relativ schnell. Ihr seht schon, wenn so ein Fair Value Gap wirklich vernünftig gefüllt wird, danach kann es dann schon relativ schnell gehen. Und es ist hier zu unserem Take Profit gelaufen. Das heißt, das hier waren jetzt hier schon so die Beispiele. Kauf und Verkaufssignal hier in einem Chart. Natürlich gibt es immer mehrere Fair Value Gaps. Das war jetzt ja auch nur ein Beispiel. Wie gesagt, es gibt auch noch bei Fair Value Gaps ein paar Unterschiede, wie man das Ganze besser anwenden kann. Wenn ihr das sehen wollt, schreibt es gerne in die Kommentare. Und falls ihr jetzt anfangen wollt mit dem Trading, dann macht euch sehr gerne einen Account bei Vantage. Den Link findet ihr in der Videobeschreibung. Ihr kriegt 50 Prozent auf eure Ersteinzahlung. Also es lohnt sich. Ich bin dort jetzt schon sehr, sehr lange und bin super zufrieden. Geringe Gebühren, geringer Spread. Alles super. Schaut es euch einfach mal an. Ihr könnt euch natürlich auch ein Demokonto erstellen. Also macht das sehr gerne. Ansonsten vergesst nicht, diesen Channel hier zu abonnieren, zu liken. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dahin. Haut rein. Ciao, ciao.